Gerade die Fragen der Ästhetik sind nach wie vor hochaktuell. Die Fragen nach Normierung von Schönheitsvorstellungen sind hochaktuell. Und ich denke, dass auch Besucher, die vielleicht selber sich mit Winkelmann noch gar nicht so gut auskennen, über den Raum Zugänge finden können. Schüler haben im Rahmen ihres Kunstunterrichts Projektarbeit im Vorfeld der Ausstellung durchgeführt, haben dazu eigene Objekte entwickelt. Also zum Teil sind es tatsächlich plastische Objekte, zum Teil auch eher Fotoarbeiten oder digitale Arbeiten. Dann hatten sie als Aufgabe eben auch einen Vermittlungsansatz zu finden, weil es eben ein interaktiver Vermittlungsraum sein soll. Also nicht nur eine Art Ausstellung der Schülerobjekte, sondern auch aktivierende Momente für die Besucher, die dort hinkommen. Und das zu zeigen, dass es eben nicht nur eine Ausstellung ist, die sich mit der Antike befasst und mit der Rezeption Winkelmanns und seiner Wirkung auf die Moderne, sondern tatsächlich eben in der Gegenwart schaut, wie sind die Auswirkungen auch heute, welche Bezüge kann man tatsächlich zu Winkelmann heute noch finden. Das sind die interessanten Themen. Vielen Dank. Vielen Dank.